6.500 Besucher lassen sich den Schlager der 34. Runde zwischen den Vienna Capitals und den Liebes Black Wings Linz nicht entgehen und sehen in einem zerfahrenen ersten Drittel in Minute 9. Die erste Überzahl für die Caps und das 1 zu 0 durch Jerry Polosjoni. Weniger Augenblicke zuvor hatte Philipp Lukas in Unterzahl, die Querlatte getroffen im Gegenzug. Markieren die Caps das 1 zu 0, das ist auch gleichzeitig der Pausenstand. Nur 38 Sekunden nach Wiederbeginn können die Wiener dann erhöhen, Raphael Rotter mit dem 2 zu 0. So viel Platz darf man einem Raphael Rotter natürlich nicht geben, Saisontreffer 18 für den besten Capitals Torschützen. 2 zu 0 nach 40 Minuten für den Lieder. Der dann etwas überraschend im dritten Abschnitt ins Trudeln kommt. 46 Minuten sind absolviert, fechtig, verkürzt auf 1 zu 2. Ausgerechnet fechtig macht es, nach 100 Partien ohne Tor bringt der Defender die Black Wings wieder heran. Und nur 48 Sekunden später fällt das 2 zu 2. Brian Leibler, offiziell der Torschütze zum 26. Mal in dieser Saison, darf der Linzer Goalgetter jubeln. Alles wieder offen in Wien-Kagran bis zur 52. Minute. Da gibt es erneut Powerplay für die Caps. Die Scheibe kommt zu Raphael Rotter und der besorgt den Game-Winner. Wieder einmal Rotter, der bereits seinen sechsten Doppelpack in dieser Saison markieren kann. Und den Meister letztlich in einem spannenden Schlussdrittel zum Siegschieß. Die Capspeed Linz auch im dritten Saison doyen und bauen die Tabellenführung wieder aus. Es war ein guter Hockey-Game. Wir battled hart. Wir kind of battled von behind at times. Obviously, you know, the penalties hurt us. But it was a good Hockey-Game. It was entertaining. If you're a fan, it was a lot of hard-hitting. There was people blocking shots, some nice goals. It was a good game. Just a great, great game. I think tonight we saw two top teams going at each other. And the intensity was very high. I really liked the tempo of the game. I thought both teams competed hard. We, you know, we had to play a full 60 minutes. And I'm really, really happy with the effort tonight.